Bundestag beschließt Änderung der Hinzuverdienstgrenzen bei Renten wegen Erwerbsminderung. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24d. Ich hatte es in einem Video mitgeteilt, dass der Bundestag am 01.12.2022 die über das 8. SGB-Änderungsgesetz als Regierungsentwurf in einer zweiten und dritten Lesung entschieden hat. Die Mehrheit des Bundestages hat über den Wegfall der Hinzuverdienstgrenzen bei vorgezogenen Altersrenten entschieden. Diese fallen zum 01.01.2023 weg. Im gleichen Atemzuge wurde auch in diesem Regierungsentwurf 8. SGB-IV-Änderungsgesetz vorgeschlagen, dass es eine Änderung beim Hinzuverdienstrecht für Rentner wegen Erwerbsminderung geben soll und auch nunmehr definitiv geben wird. Wir werden also eine neue dynamisierte Hinzuverdienstgrenze bei voller und bei teilweise Erwerbsminderungsrente haben. Bei der vollen Erwerbsminderungsrente ist die Dynamisierung so, dass drei Achtel der Jahresbezugsgröße als anrechnungsfreier Hinzuverdienst gelten. Da liegen wir aktuell bei über 17.000 Euro anrechnungsfreien Hinzuverdienst ab dem 01.01.2023 bei voller EM-Rente und bei einer teilweise Erwerbsminderungsrente gibt es eine dynamisierte Mindesthinzuverdienstgrenze und diese steigt auf sechs Achtel der Jahresbezugsgröße, die ja ab 2023 auch erhöht worden ist und da liegen wir bei über 34.000 Euro anrechnungsfreien Mindesthinzuverdienst bei Rente wegen teilweise Erwerbsminderung. Daneben gab es auch noch eine kleine Änderung und zwar die Berechnung, eine Änderung der Berechnung des Einkommens, wenn bei Erwerbsminderungsrenten oder Nebenerwerbsminderungsrenten Sozialleistungen bezogen werden, wie Krankengeld oder Arbeitslosengeld. Da gibt es auch eine wichtige Neuerung. Ich finde es ein guter Tag für alle Erwerbsminderungsrentnerinnen und Rentner in Deutschland. Diese können jetzt, so ist es der erklärte Wille der Bundesregierung und auch der Mehrheit des Bundestages ab 2023 zu deutlich verbesserten Bedingungen neben der EM-Rente dazu verdienen und vielleicht auch damit den Einstieg oder den Ausstieg aus der Erwerbsminderungsrente und den Einstieg in ein Erwerbsleben versuchen. Denn das ist leider laut den Statistiken der Deutschen Rentenversicherung in der Vergangenheit nicht so oft geschehen, dass Menschen, die eine volle oder teilweise Erwerbsminderungsrente haben, dann auch irgendwie wieder den Weg zurück in Arbeit gefunden haben. Näher zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine Rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.